Ein Feuer! Oh nein! Leute, ihr solltet Supertruck holen. Er kann helfen. Und passt auf, dass ihr nicht zu dicht ans Feuer rangeht. Oh, oh, Karl. An der Rennstrecke ist ein Feuer ausgebrochen. Und Jerry und Katie sitzen fest. Kannst du es löschen? Oh, 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 made a boom. Oh, oh. Wie willst du Katie und Jerry da rausholen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du willst einen Tunnel graben? Oh, oh, oh. Auf geht's! Auf geht's, Super Truck! Leute, Super Truck ist hier! Vergräbt einen Tunnel, damit ihr entkommen könnt! Gute Arbeit, Super Truck! Jetzt sind alle in Sicherheit! Es gibt noch etwas, das du tun musst? Karl, wo willst du hin? Was hast du vor, Karl? Okay, ich vertraue dir! Oho! Oho! Karl, was geht hier vor sich? Du löschst das Feuer? Oho! Hm, ich glaube, ich verstehe! Wow! Es hat wirklich funktioniert! Gut gemacht, Super Truck! Oho! Noch eine Aufgabe? Oho! Okay! Wofür sind die denn? Oh, wenn es regnet, wird der See sich wieder föhnen! Guter Gedanke! Guter Gedanke! Na dann, vielen Dank für deine Hilfe, Super Truck! Tschüss alle zusammen! Wahoo! Wahoo! Outro! Tade! 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 Tade, wie viele Jahre? Tade! 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 Oh nein. Tyler? Hey, warte. Komm zurück. Oh oh. Äh, Harvey? Da gibt es etwas, was wir dir sagen müssen. Der fiese Tyler hat all deine Blumen kaputt gemacht. Ja, wir wissen, dass heute Nachmittag die Car City Blumenshow ist. Und dass du so hart gearbeitet hast. Wie bitte? Dir fällt da was ein? Du wirst Super Truck um Hilfe bitten? Großartige Idee. Oh! 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 Hallo Karl, Harvey braucht deine Hilfe. Die Blumenshow fängt bald an, aber Tyler hat all seine Blumen ruiniert. Kannst du schnell kommen? Das kannst du? Großartig! Der hier? Nein? Okay, suchen wir weiter. Oho! 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 Wow, du siehst großartig aus. Bist du bereit, Karl? Äh, ich meine, Supertruck? Auf geht's! Oh. Oh. Harvey, schau mal, hier kommt Supertruck. Siehst du das Problem, Supertruck? Kannst du Harvey helfen, sein Blumenbeet wieder in Ordnung zu kriegen? Was sollen wir als erstes tun? Die Blumen gießen und schauen, ob das was nützt? Oh, Harvey. Hervorragende Arbeit, Supertruck. Was können wir noch tun? Die Blumen mit Pflanzendünger düngen? Oh. Das sieht schon viel besser aus, Supertruck. Aber meinst du, es ist gut genug, um die Blumenshow zu gewinnen? Wow, hervorragende Arbeit, Supertruck. Jetzt aber flott zur Blumenshow. Schnell. Mhm. Gut gemacht, Harvey. Den hast du dir verdient. Yay. Großartiger Arbeit, Supertruck. Du warst mal wieder die Rettung. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Oh. Hallo, Flavy. Was ist los? Du bist auf der Suche nach Farbe, weil Tom keine mehr hat? Wofür brauchst du Farbe? Um die Halloween-Kürbisse für das Car City Halloween Festival anzumalen? Alle Farbe wurde benutzt, weil die Festivalbesucher eine Verkleidung wollten? Das sind aber schlechte Nachrichten für das Festival. Man braucht doch Farbe für die Kürbisse. Lass uns Supertruck um Hilfe bitten. Lass uns Supertruck um Hilfe bitten. für die Kürbisse fürs Halloween-Festival und sie könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Also, in welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln? In einen Farben-Tanklastzug? Das ist fantastisch! Fantastisch, Supertruck! Du bist bereit, Flavy zu helfen. Auf geht's! Hier kommt Supertruck, Flavy. Er ist ein Farben-Tanklastzug. Dann mal her mit den Farben für die Kürbisse, Supertruck. Supertruck! Fantastisch, Supertruck! Schaut euch die ganzen Farben an! Hast du noch ein paar Pinsel für die Farben? Flavy, auf deinem Tieflader können wir die Kürbisse anmalen? Supertruck, hast du einen Vorschlag, wie wir die Kürbisse bemalen sollen? Die schwarze Katze ist auf den Kürbis gemalt. Fantastisch! Ich glaube, sie wollen aufmalen! Alle haben Spaß! Vielen Dank, Supertruck! Du möchtest auch angemalt werden, Kleinpickel? Du bist ein Kürbis, Kleinpickel! Vielen Dank nochmal, Supertruck! Tschüss alle zusammen! Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns! Hallo, Tom und Klein Tom! Was macht ihr gerade? Ihr genießt einen Ausflug in der Sonne? Das ist großartig! Was ist das? Oh nein, ein Steinschlag! Passt auf, Leute! Das war ganz schön knapp! Aufgepasst! Geht's euch gut, Leute? Ich glaube, das ist eine Aufgabe für Supertruck! Und ich glaube, das ist eine Aufgabe für Supertruck! Und ich würde mich etwas nicht tun, die sie loaden, wenn ihr im Regaliert... Was geht? Klein Tom könnte deine Hilfe gebrauchen, Karl. Er und Tom waren auf einem Ausflug in den Bergen und dann hat sie einen Steinschlag erwischt. Tom muss zurück in die Werkstatt geschleppt werden. Er und Tom. Oh, oh. In was wirst du dich verwandeln, um Tom zu helfen? In den super Abschleppwagen. Das ist eine großartige Idee. Das ist eine großartige Idee, um Tom zu helfen, um Tom zu helfen, um Tom zu helfen, um Tom zu helfen, um Tom zu helfen. Auf geht's! Schau mal, Klein Tom, Super Truck ist hier, um zu helfen. Oh, oh, oh. Oh. Gute Idee, Klein Tom. Du kannst Super Truck durch die runtergefallenen Steine führen. Oh. Woo-hoo. Oh. Oh. Super Truck Du hast Tom sicher nach Hause gemacht Tschüss Super Truck Tom ist aufgewacht Gut gemacht, Klein Tom Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns Bis zum nächsten Mal